So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit neuen Aufgaben. Ich fange direkt an mit der legendären Aufgabe diese Woche. Die ist ziemlich simpel, nämlich füge Gegnern Schaden zu. Die erste Ebene ist mit 2500 Schaden. Ich schätze mal, dann geht es weiter wieder mit 5000, 7500, 10.000 und 12.500. Als kleinen Tipp gebe ich euch, wenn ihr ziemlich schnell leveln wollt, beziehungsweise die Aufgabe fertig haben wollt, geht einfach hin, macht das Ganze in Gruppenkeile, denn eure Teammates werden das auch machen können. Nämlich auch wenn die Teammates Schaden machen, zählt das dann genauso zur Aufgabe. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen, damit die Aufgabe wirklich so schnell wie möglich erledigt ist. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich werde die Aufgabe natürlich jetzt nebenbei laufen lassen. Ich habe es schon ausprobiert, mit Tieren zählt der Schaden definitiv nicht. Also ihr müsst wirklich Schaden machen an Gegnern. Und das geht natürlich am einfachsten in Gruppenkeile. So, dann würde ich sagen, setze ich mich an die nächste Aufgabe. Euch noch viel Spaß und haut rein.